Das Le Covent des Minimes Hotel und Spa liegt in Vorkaiguir in Provence. Es liegen keine weiteren Empfehlungen für das Hotel vor. Insgesamt haben vier Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,4 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur vier Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Astronomie. Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,8 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4 von 6 Sonnen wert. Hotel allgemein. In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,7 von 6 Sonnen. Zimmer. Akzeptable 3,3 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Lage und Umgebung. Für die zufriedenstellende Lage des Hotels vergeben die Gäste 3,3 von 6 Sonnen. Service. Einige Gäste sind mit dem Service unzufrieden und bewerten das Hotel in diesem Punkt mit. Durchschnittlich 1,7 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.